Ciao, guten Tag, meine Whisky-Friends. Willkommen zu meinem Whisky-Channel. Whisky-Dog. Ja. Hallo, meine Whisky-Freunde. Jetzt sind wir wieder da, hier bei. Und wo sind wir? Ja, wo sind wir denn? Ja, wir sind in Ireland. Ja, in Ireland. Und da habe ich mitgebracht heute Jameson. Jameson Black Barrel. Ja, the Black Barrel Jameson. Das ist die Umverpackung wieder mal. Hier haben wir die Flasche. Ja, schöne dunkle Farbe, schönes Bottle. Jameson, ja, ich denke mal, werden die meisten sowieso kennt den Standard-Whisky, sage ich jetzt mal, und vielleicht noch andere Whiskys. Aber den kennt ihr alle nicht. Yeah. Ja, warum? Das sage ich euch gleich. Nein, Scherz. Ähm, dieser Whisky kommt aus der Brennerei Middleton. Und zwar aus dem schönen Monsterland in Ireland. Und zwar genau, um genau zu sagen, in der Nähe von, oder bei Kork. Kork liegt im, oder Monsterland, wo Kork ja drin liegt, ähm, liegt im Süden von Ireland. Und, ja, zum Whisky kurz zu sagen, dieser Whisky kommt mit 40% Alkoholvolumen, ist kühlgefiltert und gefärbt. Und warum heißt der Black Barrel? Ja, dieser Whisky ist in drei verschiedenen Fassarten gereift. Er ist gereift in Cherry-Fässern, in amerikanischen Weißeichen-Fässern und in zweifach gebrannten Bourbon-Fässern. Das bedeutet, in getoasteten Fässern. Ja, getoastete Fässer bedeutet, ähm, dass diese Fässer nochmal schön ausgebrannt werden und dann eine schöne Kohleschicht haben. Bestehen tut dieser Whisky aus Pot-Still-Whiskies und Grain-Whiskies. Und somit ist es ein Blended Whisky. Yeah. Die Farbe, wie gesagt, die ist gefärbt, aber naja, was soll's, macht er das auch nicht, ähm, schlechter. Ja, Jameson hatte genug Whisky. Die kann ich gar nicht alle aufziehen, so viel, wie die haben. Und die Brennerei Middleton, ja, da werden unter anderem auch noch, ähm, Red Breast, auch ein schöner Whisky, wird da auch hergestellt und noch andere Whiskies. Yeah, der Zeitisch Whisky. So, we make it out, see? Achso, ich wollte noch sagen, warum diese Fässer getoastet werden und dann diese Kohleschicht haben, wollte ich noch dazu sagen, äh, die, dann bekommt der Whisky nochmal eine schöne Süße. Ich hatte schon mal so einen Whisky und zwar war der von, ähm, West Cork, die Brennerei und das war auch ein dunkler Whisky und der hat mir sehr gut, sehr gut geschmeckt, sehr lecker. Sehr gut, sehr gut geschmeckt, sehr, sehr lecker. Okay, we make another thing. Ja, da kommen gleich die Honig, und noch darüber Honey, 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 Baby. Mmh, schön, 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 schöne Süße kommt gleich, Honig, wie gesagt, Karamell, Vanille. Oh, ja, er hat eine schöne Süße. Doch. Jetzt finde ich auch so ein bisschen, äh, süße Melone, würde ich sagen. Diese gelbe Melone, nicht dieser andere, die gelbe. Mmh. Komplett süß, dieser Whisky. Irish, so wie ich, voll süß. gefällt mir gleich richtig schön in der Nase. Boah. Melone, Karamell, Vanille. Ja. Boah. 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 Once upon a time, the war the Irish man, and he drank, a sauerball, whiskey, sling, sure. Boah. Oh, ist der Süße. Wow. Nice. I love it. Gar nicht scharf. Das ist richtig süße Whisky. Mmh. Lecker. Im Mund, alles verteilt, alles drinne, was ich in der Nase hatte. Dieser Honig, Vanille, die Melone, Sugar, brauner Zucker, aber so. Mmh. klebt drin, ist ein bisschen, ein bisschen Bananamäßig. Yeah, Bananamäßig. Mmh. Es bleibt wirklich. Jetzt wird er etwas langsamer. Oh ja, jetzt wird er, jetzt geht er wieder zurück ein bisschen. Aber, doch. Mmh. Und dann gleich hinterher. Slang, sure. Mmh. 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 Süß, süß, und nochmal süß. Really. Boah. Der Honig verteilt sich schön im Mund. Und gar kein Brennen. Oder irgendwie, kommt so eigentlich schon mehr so wie so Sirup. Ja, wie so, boah, Honig, Ahornsirup. Jetzt ein bisschen Spritzer Zitrone, aber das Süße bleibt alles drin. Klebt auch so, ähm, schön im Mund, aber nicht so doll. Und der Abgang ist so mehr so mittellang, ja, mittellang, würde ich sagen. Ja, doch. Oh, sorry. Um. Wow. Gelungener Whisky für mich. Ich weiß gar nicht, warum ich den noch nicht getrunken habe. Ähm, ist ja auch jetzt nicht so, ey, wie einmal ein Zuschauer gesagt hat, ja, weil wegen Irish und Irish Whisky und so, dass ich die dann bevorteile, die Whiskys, nur wegen, weil ich selber Irish bin und so, deswegen hat, nein, 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 alles Quatsch, was der erzählt, mache ich sowieso nicht. So wie der Berliner sagen würde, mache ich sowieso nicht. Ähm, ne, 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 ich mache im Bett da schon nochmal gleich. Ich könnte euch noch was zeigen, habe ich, habe ich, habe ich noch gar nicht gesehen bei mir. Muss erst fertig werden, deswegen werde ich noch nicht alles zeigen. Ich habe mir erneut tätowieren lassen, und zwar hier, könnt ihr sehen. Ja. Ja, that's the Irish-Scottish friendship. Yeah, I like it. Alles von innen so. The Celtics, you know. Okay. Hey. Ja, das habe ich mir neu machen lassen, wird noch alles weiter, den ganzen Abend werde ich dann irgendwann zeigen, wenn er fertig ist. Ja, ähm, müsste ich jetzt zwischendurch sagen. Ähm, dieser Whisky kostet auf alle Fälle unter 30 Euro, ich glaube so zwischen 25, 27 Euro oder so in den Dreh. Also, wer ihn noch nicht getrunken hat, ich kann ihn wirklich nur empfehlen, da kann man noch nicht mal Einsteiger-Whisky nur sagen, da kann man auch sagen, auch gar keiner, der Whisky trinkt, oder Frauen, die auch nicht Whisky trinken wollen. Warum immer Frauen? Es gibt ja auch Männer, die kein Whisky trinken wollen. Immer sagt man Frauen-Whisky und so, das ist alles Blödsinn. Ähm, ich kann diesen Whisky wirklich nur empfehlen, hier, nochmal gucken. Jameson, Black Bearer, Wins, Fatality. Nein, nein, ähm, hier ist, Jameson Black Barrel. Wirklich sehr guter Whisky. Gefällt mir absolut. Und, ja, kann ich wie gesagt euch nur empfehlen. Und dann natürlich bis zum nächsten Mal. Und ich sage, see you later. Alligator. Slon.